Offen, ehrlich und authentisch lassen wir dich jetzt teilhaben von Herzkanal an unserem Jahresrückblick. Herzlich willkommen, Armin. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin gespannt und habe gerade schon mal durch meine Fotomediathek für das Jahr geschaut, um einfach mal für mich schon mal ein bisschen vorzubereiten, was das Jahr alles war. War eine ganze Menge. Ja, das ist zum Beispiel auch eine gute Idee, wenn du in deiner Fotomediathek dir die Fotos anguckst. Ja, super. Da freue ich mich auch auf deine Rückmeldung. Wir wollen dich einfach ganz ehrlich teilhaben lassen an unseren Learnings, im Positiven sowie im Negativen. War auf jeden Fall eine Menge drin, in beide Richtungen, ja. Genau. Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Wallhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Was war dein schönstes Learning aus 2022? Dass tatsächlich nichts umsonst ist und dass im wahrsten Sinne des Wortes wir wieder mal auch übers Geld gelernt haben, dass es wehtun kann, Geld auszugeben, aber rückblickend dann auch zu was Gutem führen kann. Sag das mal. Wenn du sagst, wir haben übers Geld gelernt. Das ist ja ein Thema, was viele vielleicht in den Frust treibt und was viele dazu veranlasst, dann gar nichts mehr zu machen. Erklär das so ein bisschen. Wie meinst du das? Ja, können wir gemeinsam vielleicht erklären, weil du wirst da deine Gedanken auch zu haben. Es ist ja immer wichtig, also wir machen jetzt seit siebeneinhalb Jahren Herzkanal. Du bist schon viel länger selbstständig und ich kann ja nur für die Zeit jetzt sprechen, in der wir gemeinsam die Firma machen, dass uns das immer wichtig ist, gezielt zu investieren, um Wachstumsschritte einzuleiten oder zu begleiten oder überhaupt wahr werden lassen zu können. Und wir hatten ein sehr gutes Jahr im letzten Jahr. Trotz der Pandemie haben wir wirklich ein sehr gutes Geschäftsjahr gehabt auch und sind mit wehenden Fahnen in das Jahr gestartet. Also sind da wirklich mit Begeisterung und einfach mit einem guten Gefühl in das Jahr 2022 gestartet und haben direkt zum Anfang des Jahres Entscheidungen getroffen für das Jahr. Also wir sind ja am zwei, eigentlich zwei große wirtschaftliche Entscheidungen getroffen, um das Jahr gut vorzubereiten, in dem festen Glauben, das würde uns auch gut weiterbringen. Also es würde uns gut tun, weil ansonsten ist es ja nicht, dass wir das Geld verschenken wollen, sondern wir versprechen uns ja auch was davon. Und da habe ich von früher immer noch einen Spruch im Kopf, du musst investieren, um zu profitieren. Und da bleibe ich auch dabei. Also man muss Energie reinstecken und Geld ist Energie, damit es weitergehen kann. Man kann nicht erwarten, dass vom Nichtstun und auch von der Nichtbereitschaft zu investieren, dass das Business wächst. Ah, jetzt ich hake sofort mal ein. Also du hast jetzt das Thema Investieren angesprochen, du hast das Thema Bewegung angesprochen, also innere Bewegung, auch die innere Erkenntnis zu haben. Dass, wenn du selbstständig bist, Unternehmer, Unternehmerin bist, auch Investieren dazugehört, um zu wachsen. Auf jeden Fall. Nicht nur innere Erkenntnis, sondern Bereitschaft. Ja. Also Bereitschaft, dich voll reinzugeben und natürlich mit Augenmaß. Also es wäre fatal zu sagen, ich habe jetzt noch Betrag X auf dem Konto, den haue ich jetzt voll da rein und hoffe, also so All-in-Mentalität kann funktionieren. Das ist aber, finde ich, jetzt nicht ganz unser Weg. Also es geht ja schon darum, was steht an Mitteln zur Verfügung, die gezielt einzusetzen, um entscheidende Schritte zu machen, um sich Expertise einzukaufen, um auch Dinge begleiten zu lassen, wo wir jetzt nicht unseren Fachbereich haben, sondern wo wir uns gezielt von Expertinnen oder Experten unterstützen lassen, um das Wachstum zu begleiten oder einleiten zu können. Und da war, wie gesagt, da war ja nun nicht jede Entscheidung mit Gold überzogen in diesem Jahr. Auch das, wir haben gesagt, wir reden ehrlich darüber, dass wir durchaus auch Geld verloren haben, wenn man so sagen will, oder von der Investition her das Geld nicht das gebracht hat, was wir uns davon versprochen haben. Ja, dass da zum Beispiel ein Gewinn bei rauskam. Genau. Also mindestens Amortisierung, dass das Geld wieder reingespielt wird. Und natürlich erwartet man, wenn man investiert, dass am Ende mehr rauskommt, als man reingesteckt hat. Okay, das können wir ja jetzt auch ein bisschen auseinandernehmen, weil es gibt ja viele Menschen, die Geld in ihre Persönlichkeitsentwicklung investieren und sagen ja auch oft, das hat mir nichts gebracht oder das hat nicht das an Ergebnis gebracht. Wir müssen ja hier auseinanderhalten, wenn du in deine Persönlichkeitsentwicklung investierst, dann wächst du auch geistig, dein Bewusstsein wächst und du merkst erst viel, viel später, dass du dich bewegt hast. Sowas war das bei uns ja nicht. Wir holen uns ja schon auch Experten dazu, die ja auch Sachen können, die wir nicht abdecken in unserem Unternehmen, damit wir wachsen. Also ich finde, das muss man jetzt schon auch ein bisschen erklären, dass ich, wie ich mich vor vielen Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich weder gedacht, ich mache einen Podcast, Online-Business, wusste ich überhaupt gar nicht, was das war, eine App zu machen und, und, und. Und das haben wir ja nicht gemacht, weil wir das so gut können. Da haben wir ja schon Experten an unserer Seite. Auf jeden Fall, ja. Und wenn man wachsen will im Thema Facebook, Facebook-Werbung und, 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 dann finde ich, braucht das auch Experten, weil sich da ja so viel auch verändert immer und weil man ja da so viel Geld auch verbrennen kann zusätzlich. Auf jeden Fall, ja. Und das, finde ich, das war ja das, wo wir nicht zufrieden waren mit der Leistung und das, was da erbracht wurde. Und ich finde, darüber müssen wir auch mal reden, weil auch da muss man ja zusammenpassen. Unbedingt, unbedingt, ja. Da muss ja ein Verständnis für da sein. Auf der einen Seite, das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, man hat ja doch immer die Hoffnung, dass jemand anders einem was abnehmen kann im eigenen Business. Aber da haben wir schon recht früh gemerkt, das geht überhaupt nicht. Nee, das ist dieses Ganze done for you, heißt das ja, glaube ich, so norddeutsch, nicht norddeutsch, neudeutsch, dass Agenturen oder Dienstleister anbieten, dass man sich angeblich um nichts mehr kümmern muss und sie übernehmen alles, wenn du nur einen bestimmten Betrag überweist. Ja. Und genau, na sowas, das klingt sehr verlockend und wird einem relativ schnell immer wieder vor Augen geführt, wenn es heißt, ja, wir bräuchten hier nochmal einen Text von euch, wir bräuchten da nochmal deinen Input, guck da nochmal drüber, mach dies nochmal, mach das nochmal. Also es ist tatsächlich ein wichtiges Learning, an das man immer wieder kommt, dass du der Dreh- und Angelpunkt in deinem Business bist und du kannst nichts aus der Hand geben, was entscheidende Schritte angeht, du kannst nichts aus der Hand geben, was wirklich den Kern, die Quelle deines Businesses angeht. Du kannst dir am Rande helfen lassen, du kannst dir technisch helfen lassen, wenn du weißt, was du willst, jemanden zu fragen, kannst du das leisten? Okay, was kostet das, wann ist das fertig und gut? Gut, aber Inhalte fremd produzieren zu lassen oder auch Kampagnen fremd steuern zu lassen, ja, das ist was, womit wir auf jeden Fall keine guten Erfahrungen gemacht haben. Ja, vor allen Dingen auch, man muss es ja einfach auch selber im Auge halten und man muss selber ja so ein bisschen den Überblick haben und den Durchblick haben. Und bei uns hat ja dann viel die Technik im Hintergrund nicht geklappt, wobei ich sagen muss, wir haben ja jemanden festen für die Technik, wo wir super zufrieden sind. Und in manchen Leistungen haben wir gedacht, wir nehmen noch jemanden dazu, um das noch effektiver zu gestalten. Und jetzt haben wir gemerkt, das, was wir effektiver gestalten müssen, ist ja das, also was wir wollen und wo es auch hingehen soll. Habe ich das falsch ausgedrückt jetzt oder überlegst du einfach nur? Ist einfach, auch das ist wieder sehr komplex. Es ist tatsächlich so, dass wir an einem Punkt sind, wo wir ja einfach uns nicht beklagen können, zu wenig zu tun zu haben. Sonst würden wir ja gar nicht drüber nachdenken oder hätten wir nicht drüber nachgedacht, uns extern noch Unterstützung dazu zu nehmen. Wir wollten uns aber viel stärker ja auf unsere Kernkompetenz, auf unsere Qualitäten konzentrieren können und haben deshalb gesagt, okay, ja, wir schauen uns um oder wir sind offen, wir sind bereit dafür, Expertise einzukaufen. Und dann gab eins das andere. Also, wir werden jetzt natürlich keine Namen nennen, aber da waren Veranstaltungen, Online-Kongresse oder irgendwas, wo man daran teilnimmt, was erstmal kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, was auch mal einen Einblick vermittelt. Und da wird ein gutes Marketing betrieben, da wird gut gesprochen, da werden natürlich auch nur positive Beispiele genannt, dass der Eindruck vermittelt wurde, die Leute wissen, wovon sie sprechen, die Leute wissen oder können, können wovon sie sprechen oder was sie anbieten und wofür sie auch den Preis wert sind, den sie dafür verlangen. Das war schon was... Das, finde ich, ist ein ganz heißes Thema jetzt, was du ansprichst. Wir haben gesagt, wir wollen offen und ehrlich sein und offen und ehrlich damit umgehen, dennoch hat alles zwei Seiten. Für uns war das nicht das Richtige in der Form. Und ich finde, um dir jetzt auch dein Learning zu geben, lieber Zuhörer, schau dir einfach die Menschen an, mit denen du arbeitest und guck gerade, was so Social Media betrifft, ja, mit wem arbeitest du, mit wem machst du was und vor allen Dingen, wie kommst du auch zurecht miteinander und wie kannst du miteinander kommunizieren, weil es ist so leicht und einfach zu sagen immer oder als Begründung anzugeben, dein Mindset ist scheiße oder, oder, oder. Aber manchmal ist ganz einfach die Arbeit oder die Leistung auch scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so an- und auch ausspreche. Ja, auch das absolut richtig. Und du hattest vorher noch einen anderen Punkt gesagt, wie schnell sich bei den Plattformen Algorithmen ändern oder AGBs ändern. Da bei allem immer auf dem Laufenden zu bleiben, wird sehr, sehr schwierig, wenn man kein Experte darin ist für Marketing. Und das ist nun mal nicht unsere Kernausrichtung, dass wir Marketing machen, sondern wir konzentrieren uns ja eher darauf, Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Bewusstheit, in dem Spirit für ihr Business zu unterstützen. Also da zu sich selber zu finden, Klarheit für sich zu finden, wer sie sind, was sie können, wofür sie angetreten sind, um klare Botschaften nach draußen zu geben und auch dementsprechend Kunden zu finden oder sich von Kunden finden zu lassen, die genau das suchen, was sie anbieten. Und das ist so ein Grenzbereich zum Marketing hin. Also wir bereiten ja durchaus vor, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen und ausdrücken können, wer sie sind und was sie zu leisten imstande sind. Es geht dann eher um die Technik, um das Einstellen der Kampagnen. Es geht darum, zur richtigen Zeit auch die richtige Zielgruppe zu targetieren und auch das Budget entsprechend anzupassen. Und das ist was, wo man einfach sagt, okay, wenn wir das alles, vor Jahren haben wir das ja alles selber gemacht, aber das zeigt einfach, wie schnell die Zeit rennt. Also wie schnell die Entwicklung auch weitergeht. Also vor vier Jahren, fünf Jahren haben wir unsere Anzeigen selber geschaltet. Das war eine ganz andere Zeit. Da war es leichter, muss man auch sagen, eine Gruppe zu befüllen. Es war leichter, über ein Webinar Kunden zu generieren oder Kunden in Gespräche zu bringen. Und die Zeit hat sich massiv gewandelt. Der Markt hat sich massiv gewandelt, hat sich massiv verändert. Und das ist auch ein weiterer Punkt, den ich schön fand in diesem Jahr. Wir waren im Sommer ja auch auf einer Veranstaltung, wo wir auch ehemalige Kollegen oder Partner getroffen haben, schöne Gespräche geführt haben. Ja, das stimmt. Das war echt schön. Und das fand ich auch sehr schön. Also die arbeiten nun im Marketing sehr stark und sagten auch, es ist jetzt die Zeit. Also auch die letzten zwei Jahre der Pandemie haben dazu beigetragen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Also Unternehmen, die Qualität haben, haben Fortbestand. Dann so Blendgranaten, die verpuffen schnell und sind vielleicht so Eintagsfliegen oder schaffen das dann so mal kurz, eine Welle mit zu surfen. One-Hit-Wonder heißt das in der Musik. Und hier sind es vielleicht Blendraketen dann in unserem Business. Und die, die Qualität haben, die an sich selber glauben, die Kontinuität bringen, Stabilität haben und halt nicht auf jeden Trend aufspringen, das hatten die uns auch bestätigt, das sind die, die jetzt eher dabei bleiben. Und viele hat man kommen und gehen sehen, aus deren Sicht jetzt viele Menschen, die in den Markt geströmt sind, die ja teilweise inflationär auch auf den Markt geschmissen wurden oder sich viel zu früh berufen gefühlt haben, ihre Dienstleistungen anzubieten. Die haben es nicht geschafft, haben nicht Fuß fassen können. Und das jetzt gar nicht bewertend oder dass wir uns da sehr viel besser sehen in dem Ganzen. Die haben sich vielleicht falsch beraten lassen oder sind viel zu früh, viel zu groß eingestiegen oder haben sich viel zu schnell blenden lassen davon, von wie gut sie schon sind oder wie weit sie schon sind. Ja, das Thema ist ja ganz einfach, dass es natürlich draußen im Netz auch lockt, wie du fünf-, sechs- oder siebenstellig verdienen kannst. Immer noch, ja. Und da springen viele Menschen auf und man sieht, wie sehr dann auch das Geld die Motivation ist. Ich habe eine andere Haltung dazu, weil ich ja selber eine, ich sage jetzt mal, Person bin, die lange vorher angefangen hat, selbstständig zu sein. Und ich bin ja Stück für Stück gewachsen. Dann bist du irgendwann mit reingekommen. Und viele haben mich ja auch in der Zeit gefragt, wo wir jetzt Herzkanal noch nicht hatten. Mensch, Alexandra, was machst du denn, um erfolgreich zu sein? Und Armin wird dir das bestätigen können, dass ich weder meine Zahlen kannte, dass ich weder die Zahlen kenne, sondern dass ich so ein kreativer Geist bin und das auch mache, was ich fühle, was die geistige Welt mir sagt und ich mache dann. Und hinterher kommt der Gedanke an das Geld oder was da ist. Aber wichtig ist auch, also für mich ist es auch wichtig, dass Armin dazugekommen ist, weil er einfach ein ganz Auge auch auf die anderen Dinge hat, die ich einfach überhaupt nicht gut kann. und die mich dann rausbringen aus meiner Qualität, aus meiner Energie. Und deshalb finde ich das super, dass wir Herzkanal gemeinsam machen. Und klar gibt es auch immer wieder Punkte und Themen, die ich auch erledigen muss, die mir keinen Spaß machen, die aber einfach dazugehören. Finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du da genannt hast und kann ich so wiedergeben, dass auch für uns das ja ein Prozess ist oder war, uns aneinander zu gewöhnen im Arbeiten. Wir sind jetzt fast auf den Tag genau, kennen wir uns 25 Jahre. Wahnsinn, 25 Jahre. Ja, das ist schon eine schöne lange Zeit. Das ist für mich ein halbes Leben oder für uns beiden ein halbes Leben inzwischen, dass wir uns kennen. Und das ist schon besonders. Das stimmt, ja. Und klar, wir haben ja auch anders angefangen. Ich meine, du bist inzwischen über 20 Jahre selbstständig. Das hast du gerade ja auch noch mal nicht in Zahlen genannt, aber... Ja, ich sage mal seit 20 Jahren, aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich jetzt nicht... Irgendwann werden es auch mal mehr als 20 Jahre. Genau, seit 2001. Ja, genau. Und das ist ja klar, da war ich seit Anfang an, habe ich die Entwicklung mitverfolgt und das war ja damals nicht abzusehen, wo das mal hingeht alles. Nee, überhaupt nicht. Das war ja wirklich eher Mittel zum Zweck und auch was, wo du gesagt hast, aus einer, fast aus der Not geboren, etwas, lieber was selber zu machen, als dich weiterhin von anderen Menschen drangsalieren lassen zu müssen oder... Naja, einfach mit Menschen zusammenarbeiten, wo es nicht so ein Spirit ist und wo man nicht in die gleiche Richtung läuft. Das war es ja immer. Ich habe ja gearbeitet an einer Stelle, wo Neid, Eifersucht, Mobbing stattgefunden hat. Das ist ja nichts, was Spaß macht. Auf keinen Fall. Ja, in der Form. Und ich habe damals auch schon manifestiert, aber ich wusste nicht, dass man das Manifestieren nennt. Und damals hätte man wahrscheinlich auch noch nicht von Spirit gesprochen, so wie das heute normal ist dabei. Aber deshalb, also ich habe ja die Entwicklung so mitgemacht, du hast gerade von meinen Qualitäten gesprochen, die dazugekommen sind. Und das ist wirklich ja das Gute bei uns, dass wir nach wie vor ja sehr intensiv an uns arbeiten und uns weiterentwickeln und uns immer besser kennenlernen. Und wenn wir das meinen, dann lernen wir uns selber jeweils immer besser kennen. Auf jeden Fall. Und auch gegenseitig immer besser kennen. Und ein bisschen revidieren möchte ich, wenn du sagst, du kennst die Zahlen nicht, könnte das jetzt sehr komisch rüberkommen. Du tauchst jetzt nicht so tief in die BWA mit ein oder guckst genau, wo welche Hinterkommastelle ist. Aber du hast ja schon einen Überblick, wie wir da stehen. Ja, das stimmt schon. Und das ist ja wichtig. Und auch das soll auf keinen Fall falsch rüberkommen. Du musst natürlich im Business wissen, stehe ich gut da oder stehe ich nicht gut da. Also das weiß ich schon. Und das nehme ich ja auch sehr ernst. Mir macht das Ganze ja Spaß. Und wenn wir nochmal eine kleine Stelle zurückgehen, habe ich ja gerade gesagt, ich habe früher auch schon manifestiert und wusste nicht, wie das ging. Erinnerst du dich noch oder magst du mal erzählen, wie ich angefangen habe, wo ich gesagt habe, ach, das will ich mal am Tag und, und, und? Haben wir mit Sicherheit oder du auch bestimmt schon mal drüber gesprochen, aber gerne nochmal wiederholen. Also wir haben damals schon auch schöne Wohnung gehabt, in der wir gelebt haben, so eine Maisonettwohnung. Und angefangen hast du damals zu arbeiten im ehemaligen Babyzimmer unseres Sohnes, acht Quadratmeter doppelseitige Schräge. Also da passte gerade mal eine Staffelei mit rein. Viel mehr Platz war nicht, aber da hast du mit den ersten Menschen, die sind also bei uns in die Wohnung rein, Wendeltreppe hoch und dann Vorsicht mit dem Kopf, wenn du ins Zimmer reinkommst. Genau, zu dritt haben wir darin gearbeitet. Ich noch nicht damals, also das nicht falsch gestern, sondern du mit bis zu zwei Personen da gesessen. Und ja, so fing das an und hast damals, das war, wie gesagt, 2001 angefangen, 2002 war die Währungsreform, also vielleicht noch in D-Mark-Zeiten angefangen. Und dann kam der Euro, dass du mal irgendwann 300 Mark, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das noch eins oder zwei war, 300 Mark in der Woche oder Euro in der Woche verdient hast und gesagt hast, okay, das will ich jetzt am Tag verdienen. Und das hieß ja damals auch für uns schon was. Also denk mal über 21 Jahre zurück, da waren wir auch 21 Jahre jünger. Das stimmt. Ich war Store-Manager, also habe schon ein gutes Gehalt verdient. Aber natürlich war das für uns alles, was du auch verdient hast, war Geld zum Leben auch für uns. Also es hat uns ja sehr geholfen. Unter anderem erinnere ich mich dann auch aus dem, das muss das Anfangszeit ja gewesen sein oder ein bisschen später gewesen sein, dass uns der Verkauf von Bildern, also wenn du Bilder verkauft hast, uns teilweise einen Urlaub ermöglicht hat. Auf jeden Fall. Es war ja auch nicht so, dass alles uns nur zugeflogen ist, sondern wir schon sehr gut beurteilen können. Also gerade jetzt, was deine Selbstständigkeit angeht, wo das alles hergekommen ist und dass wir das schon auch, glaube ich, alles immer sehr zu schätzen wissen konnten oder gewusst haben, dass das nicht selbstverständlich war, was da war. Also ich glaube, das können wir schon sagen, auch nach der langen Zeit, dass uns eine gewisse Bodenhaftung geblieben ist, eine Bodenständigkeit, eine Demut für das. Und auch wenn wir heute anders leben oder einen anderen Lebensstandard haben als damals, sind wir durchaus sehr, sehr dankbar und ehrfürchtig für das, was dazu geführt hat. Aber wir wissen auch, dass wir uns echt den Arsch aufgerissen haben dafür und heute uns noch den Arsch dafür aufreißen, dass wir also nicht bequem oder faul werden, sondern das ist das, was wir auch lehren. Dranbleiben lohnt sich. Und wenn man mal einen Tag hat, wo man sagt, heute geht nichts, dann ist das gut, einen Tag zu haben und das dann auch laufen zu lassen, zu merken, okay, heute passiert nichts oder heute kriege ich nichts zustande. Aber es sind ja doch aufs Jahr gesehen sehr wenige Tage und auch auf dieses Jahr gesehen, wo wir sagen, da machen wir gar nichts, was irgendwie mit Herzkanal zu tun hat. Ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil Herzkanal ist was, was wir beide aufgebaut haben. Das war unser Baby, ist jetzt kein Baby mehr, ist auch schon mit uns gewachsen und das macht ja einfach auch Spaß und Freude. Und das, was wir, also unsere persönlichen Erkenntnisse, die gehen ja auch in Herzkanal mit hinein und klar, viele fragen dann, wie kriegt ihr das denn getrennt voneinander, Beziehung, Privat und auch die Arbeit. Da bin ich schon eher diejenige, die voller Begeisterung super gerne arbeitet und wo Armin dann schon mal sagt, nee, ich will jetzt meine Ruhe haben und ich gehe dann wie ein kleines Kind wieder raus aus dem Raum und mache dann irgendwie weiter. Und ich finde, ja, Arbeit darf Spaß machen und jeder hat seine eigene Form, wann er Pausen braucht, wie der Spaß ist und wie man damit arbeitet. Ich arbeite super gerne und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, dass ich immer irgendwas umzusetzen habe. Also Langeweile finde ich total abtönt. Also das ist generell was. Wenn mich was langweilt, wenn mich wer langweilt, bin ich schnell auch irgendwie weg. und ich mag das ganz einfach, meinen Geist zu bewegen, kreativ zu sein, zu wachsen, meinen Spirit zu weiten. Also ich finde das super gut. Ich würde lieber irgendwie eine Fortbildung oder irgendwas machen, als dass ich sagen würde, ich will in schönen Urlaub fahren. Also auch nicht falsch verstehen jetzt, weil Urlaube mit Armin sind total toll und wir fahren auch in Urlaub. Aber es gibt ja auch die Menschen, die investieren nicht in ihr Wachstum oder geistiges Wachstum und die fahren dann in Urlaub, weil sie denken, da finden sie Erholung und alles wird gut und dann kommen die wieder und der gleiche Scheiß ist wieder da. Das meine ich damit. Das ist auch richtig. Richtig und auch finde ich super wichtig, dass es am Ende nicht das Instapick ist, was dich dann irgendwie groß nach vorne bringt, weil du an einem Ort bist, wo tausende andere auch waren, wo du es irgendwo bei jemand anderem gesehen hast. An den Ort will ich auch mal, um das Bild von mir zu haben, Brooklyn Bridge in New York oder wo auch immer das ist. Es gibt ja so ein paar Orte, wo alle mal gewesen sein wollen müssen und am Ende merkst du, okay, da waren alle schon oder sind alle gleichzeitig da, wenn du da bist und musst dann den Moment abpassen, wo du irgendwie mal eine Ecke von dem Hintergrund mit drauf kriegst bei dir. Soll jeder für sich machen, wie sie oder er das will, aber ich sehe es da ähnlich wie du. Ja, ich brauche eher mal Ruhe oder auch meine Rückgezogenheit, aber die gibst du mir ja auch oder die nehme ich mir. Das ist das Schöne und auch da bin ich sehr dankbar für. Auch das ist ja ganz anders, unsere Entscheidung, wie wir die Zeit einteilen zu früher. Also als ich noch angestellt war, das ist ja nun bei mir weniger lange her als bei dir. und ja, das war auch ein herausfordernder Job oder Jobs, die ich hatte, die mich sehr eingespannt haben. Also lange Tage mit auch zu Hause noch arbeiten, Mails gucken oder auch im Urlaub teilweise erreichbar sein, ist heute was ganz anderes, wenn wir sagen, das ist Herzkanal. Das tun wir wirklich für uns und das tun wir aus einer tiefen, inneren Überzeugung. Jede Entscheidung, und auch da erinnere ich mich, wir wollten ja ein bisschen auf das Jahr auch zurückblicken. Ich war zweimal in Hamburg dieses Jahr. Hamburg ist für mich einfach eine besondere Stadt. Ich komme aus dem Norden und da war ein Netzwerktreffen. Und das eine Mal haben wir auch sehr überlegt, weil am nächsten Tag noch Hochzeit war. Also das heißt, dann bin ich am gleichen Tag mit dem Auto nach Hamburg hingefahren von Köln, war auf der Veranstaltung, die war auch schön und bin dann aber nachts zurückgefahren. Also ich war um eins oder halb zwei zu Hause und morgens um neun mussten wir auf eine, mussten, um Gottes Willen, nicht falsch stehen, waren wir auf eine Hochzeit eingeladen, die uns wichtig war, wo wir gesagt haben, nee, da will ich auf keinen Fall fehlen. Da will ich dabei sein, aber ich wollte halt auch an dem Vortag die Veranstaltung mitnehmen und das finde ich cool einfach. Also das ist auch das andere Mal. Hamburg war jetzt ja noch nicht so lange her. Das war Ende, ich weiß nicht, Anfang November, ich weiß es nicht mehr genau, aber auch sehr spontan. Das heißt, da sind wir ja auch, waren mit unserer Technik da, haben wir zusammengesessen und morgens beim Frühstück haben wir zwei noch gesprochen, dass ich dachte, du, ich überlege, ob ich nicht doch heute noch nach Hamburg fahre. Dann mit einer Nacht vorher, um am nächsten Tag an der Veranstaltung teilnehmen zu können und diese Freiheit zu haben, ist toll und es ist natürlich umso schöner, wenn sich solche Events oder solche Fahrten in irgendeiner Form auszahlen und auszahlen heißt ja nicht unbedingt in dem Tag einen Abschluss zu machen, aber alleine über die Teilnahme, über die Freiheit zu haben, kurzfristig entscheiden zu können, ich fahre mal durch halb Deutschland, um an etwas teilnehmen zu können, weil mir das wichtig ist, weil da Leute bei sind oder sein könnten, denen ich helfen kann oder denen wir helfen können und die mich auch inspirieren können, wieder neuen Gedanken mitzunehmen. Das ist schon cool und das ist was, was es früher anders war, weil es angeordnet war, wenn es irgendwo eine Veranstaltung gegeben hat. Als ich angestellt war, wurde ich eingeladen oder wir haben Meetings gehabt oder haben Trainings bekommen. Das war alles cool, aber ich habe es mir nicht alles selber ausgesucht, sondern es wurde für mich bestimmt, was für mich richtig ist oder was von mir erwartet wird. Und da diese Freiheit zu haben, die unternehmerische Freiheit zu haben, entscheiden zu können, wo bin ich dabei, wo bin ich nicht dabei, wo sehe ich auch für mich einen Mehrwert drin, wo kann ich einen Mehrwert sein, ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch unseren Teilnehmenden immer wieder vermitteln, wie wichtig das ist, das Heft, das Ruder fürs eigene Business niemals aus der Hand zu geben und selber zu schauen, auch wo lohnt es, dabei zu sein und wo lohnt es, sich mal zu zeigen oder ein Stück weit aus dem Fenster zu lehnen. Und manifestieren und ausrichten ist ja schon auch was sehr Wichtiges, was wir immer tun und was wir auch unseren Teilnehmern weiter, weiter geben. Dranbleiben ist wichtig und ich finde auch, wir haben dir so am Anfang erzählt, was bei uns nicht so geklappt hat oder wo wir nicht zufrieden waren. Wir haben aber dennoch daraus gelernt, weil sich aus dieser Geschichte einfach entwickelt hat, dass wir überhaupt eine Vision hatten, wie wir unser Team erweitern wollen. Genau und wie wir nicht weiterarbeiten wollen. Genau und wie wir nicht weiterarbeiten wollen. Und das ist sowas, was ich halt sehr wichtig finde. Viele stecken dann den Kopf in den Sand, gehen in so einen Opfermodus und ich sage jetzt mal so, wie ich das als Alexandra sage, heulen rum und ich finde halt wichtig, Kopf hoch dranbleiben, was auch eine Stärke und Qualität ist. Also ich ermutige meine Kunden oder Kundinnen auch dran zu bleiben, weil du hast im Business halt gute Zeiten und schlechte Zeiten und vor allen Dingen, was ich auch gemerkt habe, wenn Spiritualität dein Business ist oder wenn du Spiritualität ins Business mit einfließen lassen willst, dann musst du auch, finde ich, einfach einsehen, dass du durch Fühlen alleine in deinem Business nicht so gut weiterkommst, dass da noch andere Sachen zugehören. Und ja, das finde ich wichtig. Also wenn die geistige Welt mir sagt, da, ja toll, Alexandra Wachse und mach dies und das, dann bin ich ja diejenige, die mit allem in die Umsetzung gehen muss. Es müssen Menschen an Projekten beteiligt sein, die die gleiche Begeisterung teilen, die vielleicht unterschiedliche Expertisen haben, aber der Erfolg am Ende, das ist ja die gleiche Richtung. Und da gibt es ganz, ganz viel, was miteinander in Harmonie sein muss. Genau, auch ein extrem wichtiger Punkt. Mit dem Fühlen, also fühlt man sich wohl in einer Situation, ja oder nein? Und das dann, das Gefühl, kriegst du ja nur bestätigt, wenn du es aussprichst oder kommunizierst und entweder deinem Umfeld die Chance gibt, darauf zu reagieren. Oder, und auch das haben wir ja auch gehabt dieses Jahr, in einem Umfeld, wo wir nicht sicher waren, ob wir uns wohlfühlen oder nicht, das Gespräch gesucht und das führt dann zu Klarheit. Und wenn das, wenn wieder Klarheit da ist, dann kann auch wieder was draus entstehen. Ansonsten sind Missverständnisse. Du gehst dann von deinem Gefühl aus, dass das Wahrheit ist. Und es ist einfach deine Wahrnehmung von einer bestimmten Situation. Und das heißt nicht, dass deine Wahrnehmung von einer Situation von jemand anderem geteilt wird, sondern dass derjenige aus seiner Perspektive raus einen ganz anderen Blick hat und eine ganz andere Einstellung oder ein anderes Gefühl dazu hat. Und dann kann ein klärendes Gespräch einfach sehr, sehr gut tun und ist an manchen Stellen einfach absolut notwendig. Und ich glaube, das haben wir ja auch sehr häufig dieses Jahr wieder gemerkt, wie wichtig das ist, Dinge auszusprechen, Dinge anzusprechen, damit es weitergehen kann, damit man einfach klärt, wo stehen wir miteinander. Nicht nur jetzt wir beiden miteinander, sondern auch im Team oder halt mit Partnern oder anderen Gruppierungen, mit denen wir in Verbindung stehen, einfach da auch zu schauen, meinen wir beide das Gleiche, wenn wir das Gleiche sagen. Auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Meinen wir das Gleiche. Ja. Das war auch ein Learning, wie sehr das in die Hose gehen kann. Total. Man denkt, man meint das Gleiche und Business fängt ja auch dann nochmal anders an, wenn du Mitarbeiter hast oder wenn du ein Team entwickelst. Also da kommen ja so viele Faktoren auch zusammen. Das ist Wahnsinn. Und ich muss immer wieder sagen, wenn ich zurückgucke auf meinen, auf unseren Weg, dann denke ich immer, wow, das haben wir geschafft. Ja. Na, das ist echt krass, was wir da geschafft haben. Und das wirst du wahrscheinlich in vielen Podcasts, wenn ich mit Armin zusammen bin, hören, dass ich da immer wieder hingucke, aber auch immer wieder nach vorne gucke. Okay, super, wow, das haben wir geschafft. Aber wo geht es jetzt hin? Wo ist das nächste Ziel? Und wo ist der nächste Schritt? Und was können wir machen? Und wie können wir was tun? Also ich bin gerne, dran. Also ich bleibe gerne dran und ich tue gerne, weil ich einfach weiß, wenn du nichts mehr tust, dann kommt Stillstand und irgendwann kommt auch Frust. Und da habe ich gar keine Lust zu. Ja. Und auch das noch ein wichtiger Punkt, ja so bei uns beiden. Wir wollten ja ein bisschen uns öffnen oder die Hosen runterlassen. auch eine Erkenntnis, die dieses Jahr kam. Also erst mal, ich habe hier gerade mein Telefon noch offen liegen und sehe, 9. Januar war ich unterwegs und hatte ein Atelier angeguckt. Das war ja dieses Jahr, war ja ein wichtiger Teil davon, dass wir uns auch räumlich erweitert haben. Also Herzkanal nochmal neue Räume dazu bekommen hat. Und was ja auch schön ist. Und das finde ich ganz gut, auch was uns beiden angeht, in der Persönlichkeit, in der Struktur und in dem, was auch Entscheidungsfindung angeht, bin ich ja was, wir haben vorhin gesagt, investieren, um zu profitieren. Ich bin da ein bisschen zögerlicher oder vorsichtiger, sage ich mal. Aber ja, auch ein Teil aus meiner Struktur, Teil vielleicht aus meiner Herkunft. Aber wir haben es ja auch festgestellt, dass das einfach auch für uns beiden gut ist, wenn wirtschaftliche Entscheidungen nicht rein vom Kopf getroffen werden, sondern durchaus auch, ob es da eine günstige Strömung für gibt. Und da bist du auf jeden Fall diejenige, die eher den Kanal dafür hat, zu sagen, machen wir. Und dass ich mich darauf auch verlasse und nicht mein Ego-Ding durchziehe und ob es jetzt Mann sein ist oder einfach mein Persönliches rausnehme, zurücknehme und dass wir darauf gemeinsam vertrauen, wenn es heißt, da sollen neue Räume kommen, dass die neuen Räume kommen und dass es gut ist, wenn die kommen. Und das war ja auch ein Teil, der uns ein halbes Jahr, bis wir die Räume gefunden haben, das hatte ich hier gerade nur gesehen, 9. Januar, der letzter Tag deiner Raunächte auch, die du immer gibst jedes Jahr. Und da war ich unterwegs und habe Räume angesehen, die es nicht geworden sind. Ja, da sind es andere geworden. Aber die Energie ist schon in die Richtung gegangen. Genau, die Energie war da. Und dann haben wir ja Räume gefunden, die verkehrsgünstig liegen und die wir wirklich mit großem Aufwand, auch da haben wir gezielt investiert und nicht zu knapp investiert, die ja wirklich richtig schön geworden sind. und auch witzig, wo wir jetzt reden, Anfang des Jahres angefangen, letzte Woche, obwohl wir die schon ein halbes Jahr haben, die Räume letztes Jahr noch mal so umgekrempelt haben, die Räume, dass sie eigentlich jetzt erst so sind, dass du sagst, ja, hier kann ich gut arbeiten. Ja, das war einfach krass. Wir haben die Räume eingerichtet und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich gesagt habe, da soll das hin und da soll das hin und wir haben es hinterher anders gemacht. Und als ich dann mein erstes Seminar gegeben habe in diesem Jahr in den Räumen, habe ich gemerkt, die Energien stimmen überhaupt nicht. Die Teilnehmer haben das nicht gemerkt und das war jetzt irgendwie auch nicht so wichtig, aber nee, da habe ich gesehen, da müssen wir irgendwie noch mal ran. Und dann sind wir auch daran und das war ja jetzt nicht so, also es war schon mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber das finde ich auch einfach gut, wenn du das fühlst und wenn du das spürst, das auch zu tun und nicht zu denken, ja, aber hier ist gerade alles neu, wir sind jetzt gerade hier, das muss jetzt so sein. Ich meine, wie oft macht man das im Leben, dass man genau so denkt und das Leben, finde ich, ist zu kurz, um sich unwohl zu fühlen. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Teil. Und dann hast du eben von Kreativität gesprochen, dass du halt nicht gut oder nicht gerne einfach nur nichts tust oder abschaltest, sondern immer auch gern laufen lässt und deiner Kreativität Ausdruck verleihst. Und da sind ja auch dieses Jahr wieder brutal viele, also positiv brutal viele Ergebnisse dabei rausgekommen. Also was hast du dieses Jahr alles auf den Weg gebracht? Das war ja, ich weiß nicht, wie viele Kartensets dieses Jahr alleine neu dazu gekommen sind, zu denen, die es schon gab. Ja, stimmt, das war dieses Jahr alles. Manchmal kriege ich es gar nicht so. Was du alles jetzt an Kursen dieses Jahr gegeben hast, auch da sind wir letztens nur mal drüber geflogen. Also mit deinem Das-bin-ich-Seminar, was zweimal stattgefunden hat. Dann gab es das, ich sage es jetzt einfach mal, das Engel-Seminar. Ich wusste jetzt nicht den Namen, weiß ich leider nicht mehr. Also das habe ich einfach fünf Wochen Engel-Kurs auch. Da ging es um Bewusstsein und Klarheit. Und stimmt, ja, das habe ich auch. Also es sind auch viele Produkte klarer geworden, die wir gemacht haben. Auch bei mir hat sich ja viel getan in der Produktstruktur mit Erfolgreich du selbst sein, im Sechs-Monats-Programm, im Eins-zu-Eins mit mir, dann der Erfolgskompass, der Jahreskompass, Lebenskompass. Also da sind schon viel, wir haben an der Seite sehr intensiv gearbeitet, an unserer Website, an den Informationen auf der Seite. Die App hast du vorhin kurz erwähnt, die ist dieses Jahr dazugekommen, an den Start gekommen, wo wir über ein Jahr Und die hat echt Nerven gekostet. Wo wir über ein Jahr dran gearbeitet haben oder haben arbeiten lassen dran. Das ist schon alles nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt, sondern, ja, es ist ein permanenter Prozess und auch jetzt merke ich ja, die nächsten Rauhnächte stehen an. Ich habe eben gesagt, 9. Januar, letzter Tag deines letzten Kurses. Jetzt geht es am 20. wieder los mit dem neuen Rauhnachtskurs fürs Abschließen des diesen Jahres und Vorbereitung des neuen Jahres. Und dafür hast du ja auch gigantisch was wieder auf die Beine gestellt, wo ich immer sehr tief beeindruckt bin. Aber es wird ja dieses Jahr nochmal Dimensionen sprengen, die es vorher noch nicht gegeben hat, was die Teilnehmer alles bekommen in dem Kurs. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so und das macht mir auch total Freude und Spaß. Und das ist für mich keine Arbeit. Also ich finde eher, weil es gibt ja Menschen, die dann zu mir sagen, ja, ich mache mir Gedanken um dich. Du siehst kaputt aus oder du arbeitest zu viel. Das sind dann vielleicht auch Menschen, die sehr Arbeit und privat trennen. Aber ich kriege das gar nicht so getrennt. Und meine Güte, ja, jeder sieht mal kaputt aus. Auf jeden Fall. Je nachdem, wie du schläfst oder was ist, aber das will ich auch gar nicht so dramatisieren. Ich bin 53, bin in den Wechseljahren. Ja, da schläft man mal schlechter. Und da sieht man dann vielleicht auch ein bisschen kaputter aus. Und ich sehe kaputt aus, wenn mich Themen kolossal nerven. Also es gibt so Themen, die nerven mich total, ziehen mir Energie. Und wir haben vorhin so über Emotionen gesprochen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, in die und in die Richtung. Und ich bin dann von manchen Sachen, obwohl ich mit Engeln arbeite und spirituell arbeite, echt angenervt. Und ich stehe auch dazu, weil das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Also wir können nicht erwarten, dass die Engel unser Leben regeln. Und wenn im Leben mal irgendwas daneben oder in die Hose geht oder mal nicht so läuft, wie wir geplant haben, dann darf man auch genervt sein. Finde ich auch, ja. Und das sind eher die Themen, die mich kaputt aussehen lassen. Ja, es braucht keine Pseudospiritualität. Also da so zu tun, als ob und alles heilig, heilig. Also wer uns kennt, weiß, dass das jetzt hier nicht alles nur mit Schellen klang den ganzen Tag. Nee, wir laufen auch nicht in weißen Gewändern rum und haben eine Kerze auf dem Kopf oder, oder, oder. Aber es ist ja trotzdem immer noch witzig, was viele vom Thema Spiritualität für Gedanken haben, wie es sein müsste oder dass alles heilig ist. Ja, und die Heiligkeit ist ja wirklich, sich selber zu finden, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und trotzdem Teil der Gesellschaft zu sein und zu bleiben, sich nicht abzusondern oder abzusplitten, aber trotzdem zu erkennen, dass es eine Individualität gibt und dass es nicht, man ist Teil des Ganzen und du hast irgendwann vor Jahren in einem Seminar gesagt, alles ist alles und nichts ist nichts und alles ist alles und alles ist nichts, glaube ich. So war diese, ist das eine Allogorie? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. Also das heißt, wir sind ja alle miteinander verbunden in einer Form und das zeigt die Astrologie ja auch immer sehr schön und wenn man da sich mit seinem eigenen Bild alleine schon mal auseinandersetzt, zu sehen, wie komplex das ist, wenn wir zwei als Paar uns zusammensetzen, auch auf den Bildern zu sagen, da gibt es zwei Kreise, die jeweils ein eigenes Energiefeld haben und die vereinen sich jetzt in einer Partnerschaft. Die werden Eltern, das heißt, das Kind hat dann etwas aus beiden dieser Kreise. Wie schnell das unüblich übersichtlich wird, wenn man denkt, nicht die eigenen Eltern, eigene Geschwister dazu und dann ins Team, in den Teambereich reinzugehen, zu sagen, da nimmt man jetzt einen, erst mal einen Menschen, dann vielleicht mehr Menschen in sein Arbeitsfeld mit rein, die alle so ein Bild mitbringen, die alle ihre Verknüpfungen, Verästelungen mitbringen, die ihre Knotenpunkte mitbringen, die gelöst sind oder nicht gelöst sind mit anderen Menschen. Und du hast letztens was sehr, sehr Schönes gesagt, finde ich, als wir über astrologische Bilder oder Deutung gesprochen haben, dass das, was da als Potenzial drinsteht, das Ideal ist. Das ist also, das ist der perfekt mögliche Zustand, an dem ja kaum ein Mensch jemals ankommt. Aber man darf sich bemühen darum, so nah wie möglich ranzukommen und die Potenziale, die da sind, zu erkennen und daran zu arbeiten, die zu lösen und für sich selber mehr und mehr in die Richtung zu gehen, dass man seiner Zufriedenheit, die ja in der Erfüllung des eigenen karmischen Potenzials oder kosmischen Potenzials liegt, die einen viel zufriedener macht, als sich von anderen Menschen vorschreiben zu lassen oder sagen zu lassen, wann man was wie zu tun hat. Und das fand ich, also wie gesagt, da muss ich mich jetzt gerade auch nochmal dran erinnern, dass wenn wir Profile erstellen oder astrologisch mit Menschen arbeiten, dass ja auch wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass das Potenzial, was da ist, nicht automatisch zur Verfügung steht. Das ist ähnlich wie das, was du vorhin mal angerissen hast, sich etwas zu wünschen oder zu fühlen, weil es steht ja da, heißt nicht, dass es automatisch auch zur Verfügung ist. Auf jeden Fall. Sondern auch da muss man was für tun. Das ist ja auch das Gleiche, wenn die geistige Welt antwortet und sagt, ja, das ist gut, dann heißt das noch lange nicht, dass das gut läuft in der Form, weil jeder Mensch ja an jedem Tag die Entscheidung hat oder die Wahl hat, was er macht und was er tut. Und das war auch so ein Learning in diesem Jahr für mich auf jeden Fall, wenn geistige Welten eben ein Ja gesagt haben zu etwas und es ist dann ganz anders verlaufen. Also dann bin ich auch nicht hingegangen und habe geheult und habe geschimpft. Ja, warum macht ihr das? Dann ist das einfach so, dass der andere nicht die Wahl getroffen hat, auch in seine Kraft reinzugehen. Und dass er die Wahl getroffen hat, im Opfermodus zu bleiben oder einfach im Ego mal ganz schön hängen zu bleiben. Und das ist ja auch das Schwierige. Ja, wie kommst du aus deinem Ego raus und wie kannst du unterscheiden? Was ist denn überhaupt dein Ego? Oder wann wäre es mal angebracht, auch so ein bisschen liebevoller auf die Situation zu schauen? Und bei allem, was wir jetzt gesprochen haben, ich finde es nicht so okay, dass jeder Coach werden kann und dass jeder mit Menschen arbeiten kann. Hast du eine gute Scheidung durchlebt, dann bist du Scheidungscoach, hast du irgendwie, mir fällt jetzt nichts anderes ein, gutes Brot gebacken, dann bist du Brotbackcoach oder so. Ja, auch wenn das jetzt lustig klingt, aber so wird das ein bisschen vermittelt draußen. Ich finde es schon cool, wenn die Menschen, die mit Menschen arbeiten, auch was drauf haben und auch wissen, was sie tun. Und da ist manchmal die Gefahr ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Spiritualität zurückkommen, mir begegnen viele Menschen, die sagen, ja, aber Alexandra, ich will das anders machen. Ich will das nicht so machen, wie die anderen. Klar, wenn du spirituell arbeitest, dann bist du voller Demut und dienst auch und hast das auch in dir verankert und da hast du nicht verankert, du bescheißt jetzt die Menschen oder machst da irgendwo ein Businessmodell. Du willst einfach Menschen helfen und du willst die Energie der geistigen Ebenen auch gut, wie soll ich das sagen, gut anbringen. Und da passt manches nicht zusammen. Also wenn du eine Spiritualität in deinem Business mit einbringst, dann weiß ich, was du damit meinst. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele menschliche Themen, die gehören auch dazu und die musst du durchlaufen. Da geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Du kannst dem Finanzamt nicht sagen, nee, es hat sich nicht so gut angefühlt, deshalb habe ich das nicht gemacht oder, oder, oder. Also ganz schön breites Feld auch, was wir hier betrachten. Das ist es. Und das ist ja auch dann Teil unseres Weges, mehr und mehr uns zu spezialisieren und wo wir früher halt breiter angeboten haben, nicht mit Facebook, mit allem, was dazukommt, uns heute ja viel mehr darauf konzentrieren, wirklich den Mensch im Mittelpunkt zu haben, von allem, was wir tun, dass wir also sehr stark an den Menschen arbeiten und mit den Menschen arbeiten, die sich entschieden haben für uns und für Herzkanal. Und da sind das ja auch sehr erfolgsträchtige Verbindungen, die wir dabei haben, sehr starke Verbindungen auch. Und das ist ja was, wo wir auch sehr dankbar, sehr froh drüber sein können, dass die Menschen uns zur richtigen Zeit ihr Vertrauen geschenkt haben und auch mit uns teilweise jetzt sehr, sehr gut durch die letzten Jahre gekommen sind. Auf jeden Fall. Und auch jetzt noch sehr, sehr gut unterwegs sind. Und das ist ja was, was uns auch sehr froh macht und ja auch ein Stück Bestärkung, Bestätigung dafür ist, dass das, was wir tun und wie wir es tun, dass wir da gut mit unterwegs sind und dass wir nicht so vermessen sind, zu sagen, darauf ruhen wir uns aus, sondern das haben wir auch schon gesagt, wir wissen auch, dass wir permanent an uns weiterarbeiten müssen und das tun wir auch. Also mit anderen Worten, wir hätten es kürzer machen können. Wir sind mit manchen Sachen so richtig volle Breitseite vor die Wand gelaufen, zurückgetitscht, hingefallen. Wir haben geguckt, hey, wie können wir es anders machen und wie können wir es besser machen und das haben wir einfach getan. Ich habe für meinen Teil viele wundervolle Menschen begleiten dürfen. In diesem Jahr, es gab viele Kurse. Wir haben noch unsere Akademie umgenannt. Das war auch eine lustige Geschichte. Wir hatten gerade die App und in die About Me Spiritual School geht so viel Lernen rein, was auch das Thema dein Spirit, Bewusstsein, Spiritualität betrifft, dass wir uns entschieden haben, das Spiritual School zu nennen. Das war auch noch in diesem Jahr. Ja, ja, ja. Also es war ein sehr, sehr gehaltvolles Jahr. War das erste Mal seit drei Jahren in Urlaub, wenn es auch nur ein paar Tage waren. Hattest du vorhin auch kurz angerissen, das Urlaub für dich jetzt nicht das Wichtigste ist. Ich finde es schon schön. Ja, das war aber cool. Das war cool, weil ich hätte mich niemals entschieden, da hinzufahren, wo wir hingefahren sind. Das ist so ein bisschen aus der Not der Zeit herausgeboren, würde ich mal so sagen. Wir waren in St. Peter-Ording und das war richtig klasse. Ja, das stimmt. Richtig klasse, tolle Energie, tolles Hotel, was wir hatten. und ich liebe das, an gleiche Orte zu fahren und da fahren wir auf jeden Fall wieder hin. Genau. Und das war genau, das war einfach wirklich schön und eine schöne Alternative, ein schöner Rückzugsort für uns, wo wir auch gearbeitet haben, aber anders gearbeitet haben. Also wenn man dann mit den Füßen im Sand sitzen kann und ein bisschen Wind und Sonne und alles drumherum hat und Weite, also mir ist die Weite von da so in Erinnerung geblieben. Ja, das stimmt. Also diesen Blick 360 Grad konntest du fast freier Blick bis zu den Dünen, ja, aber keine Häuser, nichts sehen, keine Dächer, sondern Natur und Weite und Ruhe und Stille, also mein Geist hat das sehr beruhigt und wenn wir nur fünf Tage da waren, haben wir das beide ja sehr, auch spirituell, das war auch eine spirituelle Erfahrung, die wir da gemacht haben. Auf jeden Fall und du hast Arbeit angesprochen da, das war eine andere Form von Arbeit. Wir haben da gesessen und diese Weite hat ja sehr viel in uns arbeiten dürfen, dass es auch im Inneren weit wurde und deshalb war es ja eine spirituelle Erfahrung auch. Naja und das war halt eine Auszeit, die wir uns bewusst genommen haben, weil danach sind wir dann ja auch in zwei Programme gestartet. Stimmt, dann hat Magic Star gestartet. Mastermind in die zwölfmonatigen Masterclass gestartet, alles Anfang September und davor haben wir uns einfach ein paar Tage genommen, um vorzubereiten, aber auch unseren Geist nochmal zu klären, um uns gut auszurichten, um uns abzustimmen, wie wir wann wie was machen und ja, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist jetzt nicht den ganzen Tag in der Sonne liegen und an gar nichts denken, ist glaube ich unser beider Art nicht so ganz. Ich kann es anders als Alexandra, aber auch das jetzt ohne Bewertung, was ist besser, was ist schlechter. Alexandra braucht das nicht so sehr, sondern die wird eher kribbelig, wenn sie zwei Stunden nicht irgendwas schreiben oder diktieren oder sich selber inspirieren kann. Also ich kann schon auch gut abhängen. Also wenn... Aber es arbeitet ja immer in dir irgendwie. Genau, ich hänge halt, wenn ich abhänge, dann hänge ich auch richtig ab und erhole mich und irgendwann geht es dann auch weiter und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Schlimmer finde ich eher, wenn andere Menschen mir was einreden wollen, was ich wie zu tun hätte. Ja. Und was dann halt noch dazu schön ist, wir essen beide gerne und wir essen beide gerne gut und das hat sich da alles irgendwie miteinander verbinden lassen. Da haben wir... Du sprichst jetzt von St. Peter-Ording noch. St. Peter-Ording noch. Ich bin noch im Urlaub gedanklich. Okay, du bist noch im Urlaub gedanklich. Ja. Wie das da war. Und das passte einfach alles sehr schön zusammen. Tolles Hotel, tolles Essen, wundervolle Landschaft und wir waren ganz für uns. Also es war jetzt ja nichts, wo wir mit anderen Menschen groß in Kontakt wären. Das stimmt, ja. Außer im Vorbeigehen beim Frühstück oder so. Aber es hat einfach alles gut gepasst und war schön. Ja, ich glaube, es war schon jetzt einiges aus dem Jahr. Ja, wenn wir da jetzt mal gucken, mir fällt jetzt im Moment nichts Gravierendes mehr ein. Fällt dir noch was ein, was jetzt gerade... Ja, ich finde, wie gesagt, das krasseste Learning war wirklich das, was überhaupt gar nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgenommen haben. Und ich fand eher toll, wie wir beide damit umgegangen sind. Also, dass jetzt keine Weltuntergangsstimmung war, sondern dass wir gesagt haben, okay, dann gibt es was anderes. Ja, und wir sind ja auch da in die Klärung gegangen. Genau. Also auch da muss man ja sagen, wir sind ja in die Klärung gegangen, was das Ergebnis nicht besser gemacht hat, aber wenigstens einen klaren Schnitt für uns dann gemacht hat, dass wir wussten, okay, wir haben uns da jetzt nichts weiter vorzuwerfen, Rückblick auf die Situation. Genau. Und ansonsten war es ein wirklich tolles Jahr, was ich finde, es ist verflogen wie nur sonst was. Ja. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob das generell so ist, wenn man älter wird, dass die Zeit dann schneller rast. Also, ich fand es Wahnsinn, was da so alles drin war. Und ich freue mich auf das neue Jahr. Ich freue mich auf die Rauhnächte, die auch vor der Türe stehen. Und ich weiß, dass das nächste Jahr krass geiles Potenzial nochmal hat, in so ganz andere Türen rein zu blicken. Und ich freue mich auf alle Menschen, die im Rauhnachtskurs dabei sind. Und ja, dass wir wieder Neues kreieren können und dass wir der nächstes Jahr um diese Zeit wieder unsere Erkenntnisse erzählen können, was gute Entscheidungen waren und was schlechte Entscheidungen waren. Aber so richtig schlechte Entscheidungen waren gar nicht dabei. Gibt es ja auch fast nicht. Also zumindest rückblickend nicht. Auch das haben wir hoffentlich so rüberbringen können, dass es natürlich schmerzt, viel Geld in den Sand zu setzen. Aber wenn man rückblickend seine Schlüsse draus ziehen kann und daraus erkennt, diese Art zu arbeiten ist nicht unsere Art zu arbeiten, sondern wir wollen das für uns, für Herzkanal anders haben. Wir müssen das anders aufbauen. Dann ist das im Endeffekt auch wieder eine lohnenswerte Investition gewesen, so schmerzvoll und hart sie auch gewesen ist, im direkten Erleben. Ja, und das finde ich auch so schön, dir einfach nochmal mitgeben zu können, wenn 3000 Leute sagen, du musst das so machen und das funktioniert und du sitzt da und denkst dir ganz einfach, nee, das funktioniert nicht und irgendwas braucht es anders, dann schau einfach, was kannst du anders machen und such dir die entsprechenden Menschen, die genau mit dir das anders machen können. Es gibt immer jemanden, der das genauso sieht oder dich da unterstützen kann oder was tun kann. Manchmal darf man sich einfach nicht beirren lassen. Nicht alles, ich sage immer ganz gerne, nicht überall, wo Licht draufsteht, ist Licht drin und das finde ich auch nochmal super, einfach sich das vor Augen zu halten, oder? Ja, schönes Bild, nicht überall, wo Licht draufsteht, ist auch Licht drin. Genau, und sei du Licht in deiner besten Version und mit bestem Wissen und Gewissen und wir vergeigen alle mal was und wir sind alle mal irgendwie nicht immer so die Engelchen, wenn wir getriggert werden oder, oder, oder. Aber rundum darf dein Leben dir Spaß und Freude machen und du darfst begeistert sein und ich will dich einfach einladen, ja, im Jahr 2023 Mut mit in dein Gepäck zu holen. Was ist dein Abschluss, Armin? Ich weiß ja auch ein bisschen jetzt schon, was im neuen Jahr kommt und der Fokus ist das Wichtigste, würde ich sagen. Also dich nicht zu sehr ablenken zu lassen oder dich selber abzulenken, sei es von weltpolitischen Ereignissen oder von dem, was du eben gesagt hast, was sagen die anderen, sondern dich ganz stark darauf zu konzentrieren, was ist für dich wirklich wichtig und das zu tun und das in aller Konsequenz und mit aller Bereitschaft auch dafür einzutreten oder zu kämpfen und du wirst sehen, wenn du das mal machst und das schaffen die wenigsten, viele kennen dieses, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die wenigsten handeln danach und handeln konsequent danach. Die, die es tun, die schaffen in sehr kurzer Zeit sehr viele Schritte und dann auch dann, wenn du viele Schritte machst, musst du nicht unbedingt Rücksicht darauf nehmen, was die, die gezögert haben, jetzt machen, sondern du darfst deinem Weg folgen und das wünsche ich dir fürs neue Jahr und das wünsche ich uns natürlich auch, aber wir sind ja gut unterwegs, von daher wollen wir da jetzt eher gucken, wie wir unterstützen können, dass andere besser auf ihren Weg finden. Ein jeder Wünsch mir, was er will und Gott gibt dir nochmal so viel. Ich wünsche dir jetzt Erfolg, Mut, Fokus und so eine richtige Raketenenergie. Vielen Dank und bis bald. Lass uns gemeinsam strahlen, deine Alexandra. Und Armin, bis bald. Lass uns gemeinsam strahlen, auf dieser wundervollen Reise zum Herzkanal. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten, dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Vertraue und glaube,